Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Scrub Mechanic. Eine weitere Aufnahme-Session mit zwei neuen Folgen. Machen wir nur, denn es soll ein neuer Inhalt kommen. Deswegen werden wir heute zwei Folgen aufnehmen. Außerdem bin ich tierisch müde, wie man mir vielleicht ansieht. Aber trotzdem haben wir noch Bock, eine Runde zu spielen. Hallo Fleischemacher. Hallo Minas. Alles so leise. Schenke ich dir. Herzlichen Dank. Ja, so ist er. Den nehme ich auch direkt mit. Folgende Geschichte. Wir haben uns noch ein paar Videos angeguckt. Alles nach der Reihe. Da hinten seht ihr schon was im Augenwinkel. Darf ich nicht zeigen, ist geheim. Diese Geschichte mit dem Beschleunigen. Also hier, dass sich das äußere Rad am schnellsten dreht. Das ist so. Also umso mehr man hintereinander schaltet, umso schneller dreht sich das Ganze. Ich habe da auch einen Versuchsaufbau gesehen. Wir haben hier drüben unseren Testaufbau, oder? Hier drüben. Was machst du? Ja, ja. Wir haben da drüben unseren Testaufbau. Warum ist eigentlich diese Karre hier? Können wir die mal vorfahren? Die steht voll im Weg. Ja, die habe ich hier irgendwie montiert. Ach, das sind so Hupenmaschinen. Ja, ich weiß ich dann. Hau mal ganz kurz nach vorne. Wir sind hier wirklich nach vorne verladen. Siehst du, hier geht das auch sofort. Ja, okay. Und zwar, um das Ganze... Um das Ganze mal zu demonstrieren, gehen wir am besten ins Licht. Ich will das einfach nochmal zeigen, auch für euch, die jetzt vielleicht nicht so auf Scrap-Mechanik spielen oder gar nicht spielen. Einfach nochmal, damit sie wissen, um was es geht. Ähm, ich will das einfach demonstrieren. Außerdem ziehen wir so die Zeit in Länge und dann sind wir schnell fertig. Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Was willst du denn demonstrieren? Du guckst übrigens die ganze Zeit hin, du Arsch. Ich weiß, ich will was zeigen. Hä? Ach, nischt. Ich will einfach nochmal zeigen, was ich meine mit der Drehung. Also, erste Scheibe, Klotz mit zweien. Ich zeig dir, wie ich das in dem Video gesehen habe. Da hat mir nämlich jemand ein Video verlinkt, wie man das ganz schön zeigen kann. Mit drei langt ja schon. So. Dann vielleicht nochmal? Ja. Haben Sie einen Schalter? Ich habe immer einen Schalter. Du hast einen anderen Schalter. Hier. Mache. Einen Schalter. Ich weiß nicht, was würdest du jetzt machen? Wo soll ich das dann antätschen? So. Einfach nur zeigen. Guck, mach mal an. Achso. Ich mach hoch, bin schon bei. Ja. Jetzt. Machen. Geil. Wieso drehen sich die anderen nicht? Wahrscheinlich, weil die miteinander verbunden sind. Nee, du siehst ja, dass die nicht miteinander verbunden sind. Sie werden ja nicht so... Ah ja, weiß ich nicht. Erklär mir. Ah, jetzt. Okay, jetzt drehen sie alle. Das ist nur viel zu schnell, um das zu sehen. Doch, schade. Ja. Na ja, ich dachte, wenn denn richtig und so. Siehst du das? Oh. Ich sehe, dass sich in der Mitte gar nicht dreht. Da hat sich doch eben noch gedreht. Wo ist das Problem? Dass sie nicht in die gleiche Richtung drehen? Nee. Irgendwas wickelt doch hier rum. Manchmal noch. Tatsächlich, die drehen sich nicht in die gleiche Richtung. Der war der Punkt. Dann drehen sie sich gegeneinander. Aber die drehen doch alle... Ach, der dreht falsch. So. So, jetzt. Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit der Physik? Ach, Physik. Ich glaube, das liegt in deinem Bild hier. Ist doch scheiße. Machen wir mal so. Okay, da haben wir schon ein Problem. Der dreht sich nicht. Kann doch nicht sein. Ich wollte das eben mal auf die Schnelle demonstrieren. So, jetzt mal an. Warum dreht der sich denn so turbo schnell? Auf Stufe 1. Weil der nur so kurz ist. Ist der falsche Motor? Wahrscheinlich. Oder? Ja. Das sieht doch mit aus. Adjustable Speed. Komm, wir nehmen mal den... Wir nehmen mal ganz kurz den Leck drum. Oder ich will es auf jeden Fall zeigen hier. So. Äh, ja. Genau so. So. Alles klar. Wie kommen wir jetzt? Auf Stufe 1. Langt. Geil. Okay. Das ist richtig geil. Okay. Jetzt wollen wir hier aus. Reibchen vorne dran. Ach, hast du schon. Ja. Holz vorne dran. Na super. Was war denn da jetzt falsch dran? So. Am Arsch. So, jetzt verbinden. Los, mach. Ach. Keine Ahnung, was du hier fortführen willst. Ja, eigentlich wollte ich es alle... Ah ja. Du siehst auf jeden Fall, der Außen überholt den. Ja. Und das Ganze... Jetzt haben wir es endlich. Und das Ganze kann man noch weiter führen, indem man... Es hat immer einen länger dran gemacht, damit man das von der Geschwindigkeit sieht. So. Jetzt verbinden wir den auch noch. Und du kannst halt bis zu fünf hintereinander schalten, der dreht sich in die richtige Richtung. Oh, Entschuldigung. Ahnung. Man sieht halt, der Äußere überholt die anderen, weil sie es halt erhöht, die Drehzahl. Potenziert? Ja, das ist das, was Zuschauer schon in den Kommentaren erklärt haben und was halt funktioniert. Das ist halt unser Versuchsaufbau. Ja. Whatever. Was wir hier falsch gemacht haben, unsere Rampe, die uns nach oben beschleunigt. Das erste Rad dreht ja relativ langsam und nach außen hin werden die Räder immer schneller. Das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir müssten praktisch auf die äußeren Räder drauf kommen. Ja, ja. Richtig, ja. Man müsste jetzt praktisch hier auf die Räder hier vorne... Genau. Einfach noch ein paar drauflegen. So. So. Noch eins. Oh. So nicht. Nee, ich glaub der oberste ist nicht angetrieben. Das ist nur wegen der Optik. Mach mal an. So, warte noch einen. So. Ich mach an. Und du musst praktisch außen drauf steigen. Geil. Ah, falsch. Das ist ja falsch. Das ist unser Hupenschalter. Jetzt hier. Naja, also gefühlt, ja. Oh, die eiern aber. Guten Tag. Du bist ein bisschen schwerer als ich. Ja, gut. Ich hab auch ein bisschen viel gegessen heute. Ja, auf jeden Fall. Nach außen drehen sich schneller und ihr seht auch schon irgendwas wickelt da rum. Nimmst die Haare. Also bis dahin kommen wir nicht auf den Berg. Was ich auch ein cooles Kommentar fand. Und das möchte ich auch nicht lustig drüber machen. Da sagt einer, da geht doch ein Weg hoch, ihr Idioten. Also die Idioten hat er nicht gesagt. Aber da geht ein Weg hoch. Ja, wir wissen, dass da ein Weg hoch geht. Und alle, die vielleicht erst später eingeschaltet haben. Wir wollen ähm. Das ist die Challenge. Das ist die Challenge praktisch. Unsere Aufgabe. Dann kam auch noch ein guter Tipp. Verlänge doch einfach die Rampe bis nach oben. Kam von Ivy. Liebe Grüße an dieser Stelle. Auch da würden wir wahrscheinlich vom Weg abkommen. Würde nicht viel bringen. Wir haben noch was neues. Wollen wir das zeigen? Ja, das wollen wir zeigen. Wir werden erst das Ding noch probieren. Bei mir funktioniert es ganz kurz mal immer nur. Oh je. Oh ja. Aber damit gucken wir auch gleich in die richtige Richtung. Genau. Ich mach ihn mal aus, weil das stört, das geklappt hat. Und zwar, nachdem wir die letzte Folge fertig hatten, hat vielleicht schon mal was gebastelt. Und das wollen wir mal kurz demonstrieren. Das ist nämlich eine patentierte Raketenabschluss. Das ist quasi ein Abschlussgerät. Genau. Und zwar im Kloform. Setzt du? Du setzt. Setzt. Passt. Also man kann hier praktisch, dieses Gerät kann man hier absetzen. Und das ist hier drin gelagert mit Rädern. Und dann kann man sich ins Klo setzen. Willst du? Und der Fleischhammer hat einen Schalter. Hast du die eigentlich alle auf volle Pülle gestellt? Nee, hast du nicht? Nee, eigentlich nicht. Mach mal. Mach ich mal, oder? Ich hab das nicht auf volle Pülle gestellt, damit ich nicht so weit zurücklaufen muss, weil ich nicht wusste, ob das funktioniert oder nicht. Und die Thruster sind jetzt alle auf volle Pülle. Und die sind mit dem Schalter verbunden. Und Feuer. Also im Prinzip könnt ihr es schaffen, wenn ich wollte. Aber ich komm zurück. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das Ding ist, es steht immer richtig. Verstehst du? Es sind nur eine Lenkung. Nein. Frauen. Es hängt wieder eine ganze Folge hier rum. Mit der Pippi in den Augen. Ähm. Ja. Ich glaub das liegt daran, dass die zu schwer waren. Beim letzten Mal hatten wir doch, ähm, also nicht so schnell, sondern so doll eingestellt. Beim letzten Mal funktionierte das doch ein bisschen besser, oder? Haben wir hier eigentlich noch? Ach, das ist unsere alte Rakete. Ich baue, ich räume mal ein bisschen auf kurz, bis du wieder da bist. Bin schon wieder da. Aber, geil, ne? Geil. Voll die Abschlussanlage. Ja, ist auf jeden Fall gut gebaut. Also, wenn du sonst nichts kannst, das hast du raus. Probiert noch eh mal. Hilf nicht. Willst du noch mal probieren, ob du hochkommst? Ja. So ein bisschen aufräumen. Mein armer Rechner muss ja das Ganze hier horsten. Der immer noch keine Server. Es ist übrigens schade, dass es keine Server gibt, gell? Das wäre total lustig, wenn so ein riesen Physikspielplatz da entstehen würde. Absolut, ja. Wo die Zuschauer irgendwas basteln. So eine Art Disneyland. Der Ingenieure. Der Ingenieure. Äh, Mechaniker. Das sind ja keine Ingenieure. Ingenieure würden ja auf dem Berg schon längst oben sein. Ja. Ich würde nicht sagen, ich lauf hoch. Idiot. Idiot. Das könnten selbst Ingenieure nicht sagen. Achtung. Drei, zwei, eins. Hilf auf. Du hast kaputt gemacht. Boah, da bist du aber. Ach, da bist du kaputt gemacht. Du bist aber weit gekommen. Da muss man schon sagen. Aber weißt du, was auch dein Problem ist? Dein Winkel stimmt nicht. Weißt du nicht, dass dein Winkel zu flach ist? Der ist ja zu flach ist. Der kann natürlich sein, ja. Mach mal 30. So. Mach mal nochmal. Warte mal, ich mach. Nochmal gerade, ja. Lass mal reinflutschen, das sieht nämlich auch gut aus. Aber ich hab halt mittlerweile den Punkt, wo du direkt passt. Deswegen. Ja ist ja gut, ist ja gut. Wolltest ja auch nicht. So, ich fliege noch in der Runde, oder willst du mal? Ja, probier mal. Ne, ich kann auch mal probieren. Ach so, warte. Lass mich bitte nicht auf. Ah. Was war denn das? Äh, ich hab ein Fest, ja. Okay. Au. So. 3, 2, 1. Lift off. Warum kippt der denn vorne immer so über? Weiß ich auch nicht. Das ist neu. Dass er das macht. Warum ist ja denn das Licht auch letztes Mal richtig gut? Wir sind doch fast eigentlich immer berg hoch gekommen. Wo hab ich eigentlich mein... Gut. Es lebt. Es bewegt sich. Gut. Ich stell's wieder an die Stelle und dann machen wir andere Dinge. Wir wollten andere Sachen ausprobieren und ähm... Einmal kam, wir können Hover bauen. Ja komm, dann lass uns das mal ausprobieren. Wollen wir's ausprobieren? Gut. Äh, ich hab die Düsen... Äh... Buh, 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 buh. Ja, die Sensoren... Jo. Achso. Ich dachte grad. Liegt denn hier? Ich hab'n Geräusche, ja. Ein Stein. Hä? Ne, liegt ein Stein. Ich dachte, das sah so komisch aus hier. Goldklumpen. Ja, wie gesagt, es soll ein Patch kommen mit neuen Features. Was da kommt, wissen wir selber nicht. Mach's mal hoch. Achso, du hast die Platte gezogen. Ja. So, fahren wir hoch. Hallo Mike, mach die mal richtig. Ja. Und dann fahren wir die hoch. So, also rein der Rät. Weiter. Genau. Jetzt machen wir... Also das Prinzip ist folgendes. Bittes symmetrisch gebaut. Ja, also ich hab's auf Maxima gezogen. Ja, dann müssen passen. Also wir machen jetzt Raster. Wahrscheinlich viel zu viele, aber das ist bei dir gewohnt. Außerdem sieht es dann viel lustiger aus. So, und dann lassen wir diese Hoffnung durch Sensoren steuern, oder? Jeweils ein. Das ist die Frage, willst du einen Pro Thruster, dann ist die... Ja, schon. Dann ist die Frage... Weil dann jeder einzeln ausdrücken kann. Auf diese Höhe, oder so, oder? Ne, da ist doch zehn Felder, da geht so ein Sensor. Echt? Ja, ja. Brauchst du nicht. Na gut. Gut, und ich würde sagen nach innen, damit sie symmetrisch sitzen. Nach innen? Ja, es ist ein bisschen... So. Warte, was ist hier in die Ecke? So. Wo ist denn das symmetrisch? Du bist schon so symmetrisch. Ja, das kannst du ja beim Zweierding nicht... Ja, das ist ja die Frage. Deswegen sag ich das ja nochmal. Ich finde das nicht gemein, dass du sagst, mich beschimpfst, dass ich nicht symmetrisch bin. Und dann müssen wir... Verbinden. Jeweils jeden mit dem. Mit dem Sensor. Da müssen die aber dauerhaft an sein, wenn was in Kontakt kommt. Richtig? Das ist doof. Wir müssen noch einen Schalter dazwischen haben. Wieso? Warum wir noch einen Schalter dazwischen haben müssen? Damit wir das Ding abschalten? Das ist eine gute Idee, ja. Am Ende abschalten. Ist er jetzt andauerhaft? Ach, du bist drunter, oder? Ja, klar. Da drunter, ja. Genau. Wir brauchen einen Schalter. Das heißt, wir brauchen einen Schalter zwischen... ... sondern zwischen allen... ... von allen... ... Dings. Hä? Geht aber nicht. Wie? Ähm, geht nicht. Probier du. Geht das nicht? Also kannst du einen Schalter wieder setzen, bitte? Wollte mal beide probieren, hier. Da. An... Was ist denn jetzt los? Was hast du da gemacht? Eine Taster. Ne, eine Taster. Warum sehe ich den denn nicht? Muss nochmal vielleicht. Ah, jetzt. Zack. Und... Zack. Zack. Ich krieg den Schalter nicht an den... ... an den Taster. Ne, eben. Zeig ja. Warum nicht? Egal, dann verbinden wir es halt so. Passt. Funktioniert. Ist egal. Okay, müsste eigentlich gehen, oder? Aber wie schalten wir das Ding ab? Gar nicht. Ne. Der wirst du jetzt spielen. Echt cool. Ich finde es funktioniert richtig gut. Funktioniert scheiße. Ach quatsch, echt? Wir müssen... Wir machen die Thruster ein bisschen geringer. Also einfach mal auf dritte Stufe. Ne, auf die normale. Ich habe sie auch nicht verstellt. Mitte. Okay. Mal auf die erste erstmal, oder? Ganz leicht nur. Ich glaube, das reicht nicht. Aber gut, machen wir. Man kann die ja mit Pfeilen nach unten nach oben einstellen. Du meinst... Die unterste. Ach, das finde ich ruhig. Das ist auch Rauschen? Ja. Was ist es? Hast du noch Wasser angelassen? Oder sie tropft die Klosblumen? Hier dreht sich einfach ein Rad einfach so. Komm mal an. Die haben sich miteinander verbunden. Ja, wieso dreht sich denn das Rad? Ja. Wiss ich nicht. Was ist das? Was ist das? Du hast hier einen Motor, oder? Wann ist das an? Wiss du auch nicht. Bieg auszuschieben vielleicht und hab... Mach mal den Lift weg. Naja. Ja. 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 Okay. Wenn du... Wenn du eine Taste drückst und aussteigst, dann... Merk, dass ich die Taste... Okay. Nächster Besuch. Vielleicht sind ein bisschen viele Thruster für... Hast du überhaupt alle? Schon gemacht? Ja. Ich hab alle umgestellt. Was ist, wenn man sie ganz runter stellt? Haben die dann überhaupt Schub? Ja. Lass mal auf ganz runter. Okay. Ne. Passiert gar nichts, ne? Ah. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch Lenkung. Verstehst du? Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Setz mal wieder ab. Wir bauen mal eine primitive Lenkung. Sitz mal runter. Ah, ich kann auch so. Dann äh... Also ein Sitz oder zwei? Ja, genau. Warte, ich hab nen Sitz. Brauchst du? Ne, ich mach jetzt hier die Lenkung hin. Okay, dann mach ich den Sitz. Und bin Beifahrsitz hinten dran. Wie so ein Tandem, ne? Ähm... Sitz. Hä? So. So, was nicht gemeint. Was? Die fliegen in die Richtung, dachte ich. Ja gut, du musst doch eh in alle Richtungen, oder nicht? Na gut, ich setz um. Ich setz um. Schrei... Jetzt... Ist gut. Bist aber auch schon ein bisschen aggressiv in deiner Stimmung. Ne. 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 Freund. Äh... Du hast natürlich recht, wir brauchen einen mehrere Richtungen Schub. Ja. Brauchst du eigentlich einen... Naja, ne, ne, brauchst du nicht. Du brauchst nen Trieb nach vorne und nach links und rechts. Das heißt, Moment, du könntest hinten die einfach lenken. Wenn die hinten lenken in eine Richtung, kannst du doch lenken. Das ist doch dann fertig. Ja, ja, klar. Achso, ja, klar. Quatsch. Ja. Tja. Warte. Ähm. Die Scheibe, genau. Jetzt mal reinsetzen. Hast du die Dinger auch verbunden? Die müssen ja auch verbunden werden. Die noch nicht, aber das ist ja, das ist ja kein Problem. Das ist ja schon höchste Wissenschaft. So, jetzt. Müsste das gehen? Okay. Ne, warte, warte, warte. Ne, das lenkt nicht. Das lenkt nicht. Irgendwas stimmt. Ah, guck mal, das ist hinten nicht verbunden. Du hast das... Hä? War das nicht verbunden? Ach, das wahrscheinlich... Ist abgerissen. Ja, okay. Hä? Mann! Jetzt noch mal Klotze dazwischen, oder? Kann er doch so machen. Ich hab jetzt nicht mit dich. Das geht nicht mit dich. Weil es symmetrisch ist. Naja, vergiss es. Ist egal. Muss nicht symmetrisch sein. Dann machen wir das so. Halt einfach. Setzer. Setzer. Ja. So, jetzt. Hat es doch einer, oder? Ne. Komm, werden wir schon mal... Ne? Jetzt zähl ich ihn wieder nicht. Jetzt zähl ich ihn. Ja, noch. So, Lenkung ausprobieren. Geht nicht? Nimm mal weg. Ja. Ja. Okay, jetzt... Guck mal, jetzt sind wir zu fett, oder? Wir sind zu fett. Ich probiere nicht mal einfach einen hochzustellen. Ne, ich dringe nach links. Würde dann nach rechts abdrehen. Also es ist verkehrt rum. Ja gut, wir können sie ja auch unterschiedlich machen. Wir können sie ja hinten ein bisschen stärker machen. Dann ist es mehr so ein... Hm? Verstehe ich schon. Aber ich bleib mal sitzen. Und du stellst ein, oder? Ja, ja, genau. Das machen wir so. Aber es wird doch nicht stärker, oder? Doch, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, ja. Es brauchte mal einen Moment. Hast du es richtig? Hast du es richtig? Ja, es... Bring auf! Spring auf! Doch nicht des Todes! Siehst du, warum? Jetzt müsste er glatt sein. Bring drauf! Nee? Wie denn? Das ist... Du siehst du, wir wollen irgendwas mit, was wir so unterbrechen können. Tja, naja, wisst du nicht wie. Zieh mal durch da. Wo? Geht. Ich kann aber nicht bremsen. Das Absteigen. Ach ne, geht's ja auch nicht. Mit dem Sitz können wir die Dinger nicht probieren. Jetzt kannst du aufschwingen. Jetzt kannst du aufschwingen. Warte mal, ich will mal kurz probieren. Nee, ich will auch nicht. Naja, dann... Okay, das ist gut. Okay, das ist noch nicht optimal. Der bleibt hängen. Ui! Ich hab irgendwie einen ganz hoch gedreht. Er geht! Läuft! So. Das ist halt der Nachteil an diesem Ding. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir den dazu kriegen, dass er das nicht mehr macht. Das ist cool. Äh... 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 Was? Nee, war er nicht? Du hast... Klappen. Hä? Ja... Hover. Tja... Das ist jetzt Thema Hammer gewesen. Das nächste Mal haben wir vielleicht... Mal... Andere Dinge. Ein richtig großes... Also ich wird da ja ne... Dinge tun. Die Enterprise... Wird nur ein Scheiß. Minjas. Minjas. Äh... Ähm... Kannste? Ich kann jetzt nicht. Ich kann... Kannste anhalten. Ihr Lieben, wir sind am Ende in der Folge von Scrub Mechanic. Weitere Experimente folgen natürlich, wenn es euch gefallen hat, lasst uns noch ein... Auf... Nacht. Bis dahin. Tschüss. Schwierig.